Herzlich willkommen bei meiner Audio-Einführung zu unserer Produktion Das Glasperlenspiel. Mein Name ist Konstantin Küsspert und ich bin der Produktionsdramaturg und ich habe mit dem Regisseur Martin Nimz zusammen auch die Stückfassung entwickelt. Hermann Hesse schrieb Das Glasperlenspiel in den Jahren 1930 bis 1942, in einer Zeit also, die für seine Heimat, Deutschland und für die ganze Welt eine Zäsur war, der sich niemand entziehen konnte. Hesse, der ab 1924 seine ursprünglich württembergische zugunsten der Schweizer Staatsbürgerschaft aufgegeben hatte, beobachtete den Niedergang der Demokratie und die Machtergreifung in Deutschland mit großer Sorge, um nicht zu sagen mit zivilisationskritischem Kulturpessimismus. Er sagte, meine Freunde und Feinde wissen und tadeln es längst. Ich habe an vielen Dingen keine Freude und glaube an viele Dinge nicht, die der Stolz der heutigen Menschheit sind. Ich glaube nicht an die Technik, ich glaube nicht an die Idee des Fortschritts, ja nicht einmal an die Demokratie. Ich glaube weder an die Herrlichkeit und Unübertrefflichkeit unserer Zeit, noch an irgendeinen ihrer hochbezahlten Führer, während ich vor dem, was man so Natur nennt, eine unbegrenzte Hochachtung habe. Nach der Machtergreifung der Nazis hielt Hesse Kontakt mit vielen Exzellenten, wie etwa Bertolt Brecht und Thomas Mann, und versuchte auf seine Weise Widerstand zu leisten, durch Rezensionen und Besprechungen jüdischer Autoren etwa, die er auch in Deutschland veröffentlichte. Sein Werk war nie verfemt, seine Bücher sind nie verbrannt worden, aber er war unbequem und so einigen Schwierigkeiten mit Neuauflagen ausgesetzt. Die Bücherverbrennungen, die Kulturlosigkeit der Nazis war ihm unerträglich und das spiegelt sich auch in dem Roman Das Glaspellenspiel wieder. Hesse schafft hier ein Utopia, eine völlig neue, utopische Welt, die später sich im Verlauf des Romans zu einer Dystopie wandelt. Hesses Utopia spielt etwa im Jahr 2200 und heißt Kastalien, eine Bildungsprovinz, in der die Männer, Frauen spielen in dem Werk und in ganz Kastalien keine Rolle, als mönchische Gemeinschaft sich allein dem Wissenserwerb der Forschung und Lehre zuwenden konnten. Eine Provinz geschaffen aus den Lehren des traumatischen 20. Jahrhunderts zum einzigen Zweck der Bewahrung und Analyse von Wissenschaft und Kultur, vor allem der Hochkultur des 16. bis 19. Jahrhunderts. Alle danach kommenden Zeitalter gelten ihnen als weitgehend kulturlos, wobei das 20. Jahrhundert als feuilletonistisches Zeitalter verachtet wird. Ebenso wird es gering geschätzt, selbst wirklich Kunst zu schaffen. Lediglich vereinzelte Gedichte der Studenten werden toleriert. Strukturiert ist Kastalien wie ein Mönchsorden mit einer klaren Hierarchie, die von den niedrigsten Grundschulen bis zu den höchsten Universitäten und Ämtern die Laufbahn der Kastalier, die im Kindesalter aus dem restlichen Land nach Begabung rekrutiert werden, vorgibt. So versorgt Kastalien das restliche Land mit Lehrern, Professoren, eben mit Wissen. Für jeden Fachbereich gibt es separate Spezialisten und jeder dieser Fachbereiche wie Mathematik, Physik oder Musik wird von einem Meister oder Magister geleitet, die zusammen den Magisterrat bilden, die höchste Behörde Kastaliens. Daneben gibt es noch den Magister Ludi, den Meister des Glasperlenspiels. Jenes titelgebende Spiel ist das, was in Kastalien Kunstproduktion am nächsten kommt. Eine möglichst kunstfertige, assoziative Aneinanderreihung von Prinzipien, Phänomenen und Fakten. So wird etwa eine Sonate aus dem 18. Jahrhundert mit einem astronomischen Phänomen kombiniert, ein Prinzip der Madonnenmalerei der Renaissance mit einer mathematischen Formel und ein Strukturmerkmal greco-römischer Säulen mit einem Ausspruch des Konfuzius. Notiert werden diese kunstfertigen Spiele längst nicht mehr mit den namensgebenden Glasperlen, sondern mit einem dafür entwickelten speziellen Zeichensystem, einer Universalsprache im Sinne Leibniz, die es ermöglicht, all diese Elemente zu kombinieren. Gleichzeitig ist das Glasperlenspiel, genauer gesagt das jährliche Festspiel, das Ludus Anniversarius, eine Hauptattraktion Kastaliens, wo sich dann die ganzen Würdenträger, Funktionäre, Politiker und Ehrengäste des gesamten Landes versammeln als kulturelles Highlight, vielleicht vergleichbar mit Wagners Ring in Bayreuth und das Glasperlenspiel sich anschauen und mit mehr oder weniger Interesse an dieser kulturellen Leistung teilnehmen. Im Roman erleben wir nun die Entwicklung des Knaben Josef Knecht von seiner Rekrutierung durch den Musikmeister, durch die kastalischen Eliteschulen und das Studium, seine Begeisterung für das Glasperlenspiel, seine Zweifel an der Lebensweise, seine Freundschaft mit Plinio dei Signori, einem Hospitanten, also nicht-Kastalia, seine Berufung in das hohe Amt des Glasperlenspielmeisters und schließlich seine Amtsmüdigkeit und seinen Tod. Auf über 600 Seiten erzählt Hesse diese Lebensgeschichte mit einem Kniff. Er lässt sie von namenlos gebliebenen Historikern rekonstruieren. Das heißt auch im Untertitel Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi, Josef Knecht. Wir haben dieses strukturgebende Element aufgegriffen, indem wir eine Interview-Ebene eingezogen haben. Tito dei Signori, der Sohn des Plinio, interviewt den Ordensvorstand Alexander, einige Zeit nach Knechts Tod. Er versucht sich so, diesem Phänomen Josef Knecht zu nähern. Diese Interview-Ebene durchschneidet immer wieder die Inszenierung und unterbricht den Fluss der Narration der Spielebene als Irritationsmoment, aber auch als Chance für Erklärungen und kurze Pausen. Da es sich um die Lebensgeschichte des Magister Ludi Josef Knecht handelt, umfasst die erzählte Zeit auch etwa 60 Jahre. Um diese große Distanz sinnvoll zu überbrücken, ist die Hauptfigur Knecht und sein Antagonist Plinio dei Signori jeweils doppelt besetzt, mit jungen Schauspielern im Spielalter von etwa 10 bis 35 Jahren und älteren Schauspielern im Spielalter von etwa 35 bis 60. So stellen sich Jonathan Bruckmeier als der junge Josef Knecht und Maximilian Grünewald als der junge Plinio dei Signori, beide neu im Ensemble, dem Karlsruher Publikum vor. Nach der Pause übernehmen dann die bekannten Gesichter André Wagner als Knecht bzw. Frank Wiegart als dei Signori die Figuren. Überhaupt ist das Ensemble bemerkenswert. Mit Hannes Fischer als Musikmeister kehrt ein beliebter und bekannter Schauspieler auf die Karlsruher Bühne zurück und auch mit Bertolt Tötzke als Alexander erleben sie einen erfahrenen und charismatischen Bühnenkünstler, der die Rolle mit Tiefgang und Empathie füllt. Tito dei Signori, seinen Interviewpartner, gibt Veronika Bachfischer, die, ebenso wie ihr Kollege Ralf Wegner als Tegularius, aus dem Ensemble des jungen Staatstheaters in den sogenannten Abendspielplan wechselt. Der aus Film und Fernsehen bekannte Thomas Meinhardt spielt den Beendiktinerpater Jakobus, einen weiteren wichtigen Lehrer und Gesprächspartner Knechts. Gunnar Schmidt und Ronald Funke spielen zwei Ordensfunktionäre und Ute Baggeröher gibt die einzige weibliche Figur des Romans, die Frau dei Signori. Der ebenfalls neue Luis Quintana schließlich spielt den Atlatus des Musikmeisters, den Petrus aus Monteport. Dieses sehr vielfältige und schauspielerisch tolle Ensemble bewegt sich in dem besonderen Raum von Sebastian Hanack, der die Abgeschlossenheit, die Selbstreferentialität und das Elite-Denken Kastaliens aufgegriffen hat, indem er einen riesigen weißen Raum in das kleine Haus gebaut hat. Der Grund, warum wir das Glasperlenspiel nur im Block spielen können, Auf- und Abbau dauert mehrere Tage, ist also mit dem normalen Repertoirebetrieb unvereinbar. Ein riesiger, gebrochener weißer Trichter, der Schauspieler und Zuschauer gleichermaßen umschließt. Ergänzt und erweitert wird der Raum von spektakulären 360-Grad-Videoprojektionen von Thorsten Hallscheid, realisiert in Kooperation mit dem ZKM Karlsruhe. Deren Arbeitskraft, Know-how, Technologie und Material schaffen ein so am Staatstheater noch nie dagewesenes Videoerlebnis, das die Grenzen des Raumes sprengt. Ein letzter Hinweis, es gibt freie Platzwahl. Sie können sich auf eine von drei Stufen setzen. Wenn Sie sich gern anlehnen, nehmen Sie bitte oben Platz. Wenn Sie schwindelfrei sind und gern in der Nähe der Handlung sitzen, bitte auf der untersten Stufe. Und wenn Sie sich gern etwas geschützter fühlen in der Gruppe, wählen Sie bitte die mittlere Stufe. Und wenn Sie sich gern anlehnen, nehmen Sie bitte die mittlere Stufe.